Oh mein Gott, ich kann schon wieder kacken und nicht Bernd ankacken. Kann ich auf eine Ziege kacken? Ich hab schon wieder gekackt. Oh mein Gott, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu einem Simulator, den mir die liebe Peri geschenkt hat, mit der Bedingung, ich darf vorher nicht schauen, worum es geht. Das habe ich auch nicht getan. Ich bewege mit dem Falters? Bin ich im richtigen Fenster? Moment. Woher bin ich? Wo ist denn meine Maus? Da ist die Maus links, da ist die Maus rechts. Ich komme irgendwie... Ach so, warte mal. Ach, okay. Das bin ich, die kleine Krähe. Just... Oh, okay. Hä? Ich sehe meine Maus nicht. Grafikqualität? Grafikqualität. Hä? Ich bin noch nicht so... Ach, guck mal. Oh. Okay, 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 okay. Deutsch, Musik, Spieleinstellung, Spieleinstellung. Äh, 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 ich bin aber forder... Bitte was? Bitte was? Okay. Also, mir wurde nur gesagt, da ich ja den Goat-Simulator mag, sollte ich das auch sehr mögen. Schwierigkeit der Rennen normal. Ich cheate. Gegenstand Highlight normal, groß. Normal, okay. So, wo sind wir jetzt hier? Wie komme ich jetzt an? Ja, okay. Start. Start. Okay. Okay, ich bin irritiert. Jetzt schon. Ich habe, äh, auch mein Avatar mal... Oh, ist das laut sein gelassen? Mann, 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 du wächst so schnell, kleine Krähe. Was ist das? Oma-Krähe. Das sieht aber nicht aus wie die Krähe. Oma-Fungel. Du machst mich stolz, deine Oma. Das ist Oma. Hallo, Oma. Ich weiß noch, wie ich so jung war wie du, so voller Energie und ganz ohne Rücken-Schmerzen. Oh ja, das weiß ich auch noch. Leider bin ich schon, sarte, 32 Jahre alt. Also, wenn das Oma ist, nur 32, dann bin ich ja schon Oma. Es ist fast an der Zeit für dich, unser Nest zu verlassen und die Welt zu sehen. Aber zuerst musst du unserer Tradition folgen. Lass mich raten, dem Tutorial. Bevor eine Krähe wegfliegen darf, muss sie helfen, unser Nest instand zu halten. Das wirklich so ist. Kannst du untergehen, einen Gegenstand finden, der dir gefällt und ihn mitbringen? Klar. Okay, ich brauche die Maus gar nicht, dass es irgendwie wird. Oh, warte, soll ich jetzt einfach runter? Ja, dann flug. Ein Gegenstand, der mir gefällt. Oh. Hallo. Okay. Ja, hallo. Was soll denn das? Lass mich hier holen. Ja, bäh. Nicht, der drunter. Okay. Z, E, greifen. Okay. Space fliegen. Steuerung, Sturzflug, Achtung. Wie komme ich denn? Okay. Gedrückt halten. Ja, 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 ja. Nee, lande mal hier, bitte. Oma. Oma? Oma? Oh. Ich habe was gebracht. Ist da oben Kackpunkte? Oh, ich habe nur begrenzt Kacke. Aber ich kann ich die wieder mitnehmen? Oma? Nee, ob ich das. Kann ich den mitnehmen? Okay, den kann ich auch mitnehmen. Hallo? Land? Land? Na toll. Oh. Oh, ich sehe hier. Oh, ich sehe hier. Oh, ich sehe hier. Das fand ich gut, ja? Wunderschön. Jeder Generation verändert sich unser Nest. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich dir etwas aus dem Nest gebe. Etwas ganz Besonderes. Was hast du mir denn jetzt gegeben, die Sonnenbrille? Diese Brille habe ich getragen, als ich so alt war wie du. Ist das nicht das, was ich gerade gebracht habe? Ja, genauso wie meine Oma vor mir und die Oma meiner Oma davor. Sie erinnert uns daran, was für uns geschniegelte Vögel wir sind. Unser heiliges Familienerbstück, bewahre es gut auf. Okay. Und jetzt geh, es gibt noch viel zu lernen. Sprich mit den verschiedenen Tieren im Dorf. Sie werden dir alles Wichtige beibringen. Nur zu, viel Spaß. Okay. Ich habe trotzdem die Hand auf meiner Maus. Halte nicht zippen, okay. Oh, hier standen die Sachen. Okay, okay. Kann ich ins Wasser? Können Raben schwimmen? Das sieht giftig aus. Ist das giftig? Blöden. Oh, hier kann ich wieder hin. Muss ich jetzt wieder zurück zum Nest, oder? Oh, hier ist Ende im Gelände. Ich möchte aber trotzdem hin. Ich sehe nichts. Okay, dann gehe ich mal in die Welt hinaus. Aber ich möchte noch da vorne gucken. Oh, ich habe schon wieder gekackt. Da kann ich nur durch den vorgezeichneten Bild. Was ist hier los? Flieg, kleine Krähe, flieg. Tschüss, Oma. Wusstest du, durch ihre Intelligenz und Anpassungsfähigkeit überleben und gedeihen, krähen? Was ist hier ein Tagebuch, Karte anzeigen? Was ist denn die Karte? Triff die Waldfreunde. Du kannst Quests verfolgen, damit während des normalen Spiels eine Beschreibung am linken Bildschirmrand angezeigt wird. Äh, ja, okay. Z und C. Wollen wir mal gucken. Oh, Z. Die Einstellungen. Einstellungen. What? Das ist die Karte. Ich bin da links. Ich muss da rechts. Okay. Triff die Waldfreunde. Triff den Honni-Falken. Oh nein. Das hat jemand in meinen Kommentaren hoffentlich nicht gelesen. Triff das Eichhörnchen. Triff Waldfreunde. Quests verfolgen. Ah, okay. Wie komme ich hier wieder weg? So. Tab Karte anzeigen. So. Kannst du da stehen bleiben? Ja, das ist doch gut. Oh mein Gott. Oh, okay. Ich bereue es jetzt, dass ich meinen Avatar nicht eingeblendet habe. Ihr seht mein Gesichtsausdruck nicht. Oh mein Gott. Oh nee, ist klar. Hola, Kree. Und er ist Spanisch. Peri, ist das sein Ernst? Ich bin halb Pony, halb Falke. Ein mystischer Pony Falke. Wenn du so willst. Eine irre Kreatur mit krassen Moves und riesiger Geschwindigkeit. Apropos. Bist du es leid, langsam zu fliegen? Oh ja, ich bin immer verschneiden. Es gibt eine fortgeschrittene Form des Fliegens. Den Sturzflug. Mit jedem Sturzflug wirst du etwas schneller. Halte den Fliegenknopf gedrückt. Drücke dann ein oder zwei Sekunden lang auf Sturzflug und lasse den Sturzflug dann los. Okay. Du musst den Fliegenknopf beim Sturzflug nicht loslassen. Wiederhole dies, um größere Distanzen zügig zu überwinden. Hier, übe das Ganze, indem du mit Sturzflug durch die Ringe hinter uns fliegst. Oh Gott. Komm, ich nehme mir ein Stück hier runter. Gehe mal ein Stück hier runter. Na, 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 na. Hallo. Ne, wo? Ah. Ich habe Tastenbelegungen nicht so drauf, ne? Ich bin einfach da durchgerast. Krass. Über dieses Muster. Über, äh, übe. Ach. Übe dieses Muster und du bewegst dich viel schneller durch die Welt. Du kannst neu starten, um es nochmal zu versuchen. Ne, alles gut. Ich habe es kapiert. Das ist knifflig, aber du wirst den Dreh schon herausgekommen. Ja. Ne, ich muss nicht neu starten. Hier. Bleib mal. Bleib mal am Boden. Was steht hier? Ja. Hallo. Ich habe eine Nuss. Ich habe eine Nuss. Hier ist sie mir zu Nuss. Okay. Was ist das Eichhörnchen? Oh. Guck mal, Eichhörnchen. Wissen Sie das Eichhörnchen? Hallo, Piri. Hey, du. Ich bereite mich auf den Winter vor, aber meine Sprösslinge, diese kleinen Racker, haben meine Walnüsse überverstreut. Ich glaube eher, dass du das selber warst. Kannst du deinen tollen Schnabel benutzen und sie mir bitte zurückbringen? Wenn du einen Gegenstand trägst, ziehst du ein rotes Zielfragenkreuz auf den Boden. Das zeigt dir an, wohin der Gegenstand fallen wird, wenn du ihn loslässt. So kannst du die Walnüsse vor mir aus der Luft fallen lassen. Versuch es. Ja. Ich bin ein Bodenrabe. Ich muss loslassen. Wie viele brauchst du denn? Ah, vielen Dank. Den drin. Nicht alle Gegenstände können aufgucken werden. Manche sind zu schwer. Aber du wirst den Dreh schon nach Hause kommen. Und vergiss nicht, auf deiner Karte und in deinem Tagebuch nachzusehen, wenn du dich verflogen hast. Nee, ich habe verflogen niemals. Nein. Okay, tschüssi. Jetzt Eichhörnchen. Okay, tschüssi. Jetzt Eichhörnchen. Ja, okay. Okay, ich habe irgendwelche Punkte gekriegt. Ah, ich kann schon wieder kacken. Muss ich kacken? Triff den Tukan. Was ist denn der Tukan? Ich weiß, ich kann fliegen, aber ich bin ein Bodenrabe. Oh, hallo. Ich kann nicht nehmen. Ich kann nicht nehmen. Guck mal, ich habe eins deiner Kinder gefunden. Hier, nimm das mal. Ist los wie Hamster mit Schwänzchen. Was ist das? Ich würde gerne die Karte drehen mit der Maus. Das kriege ich gerade nicht. Hallo. Ich hecke fest. Ah, ich hecke fest. Ah. Ich rein? Muss ich vielleicht irgendwann noch deine Kinder einsammeln? Könnte das sein? Oh, guck mal. Hallo, blau. Was denn? Hallo, blau. Hallo, blau. Flip. Slap was. Nesting ground. Oh, beautiful. Slip, slap. Ist das das TikTok der Vogelwelt? So, cool. Foto Modus P. Okay. Okay. Läge an sich. Jetzt kann ich die Maus bewegen. Ne, aber gut zu wissen. Noch nicht. Hey, bist du auf... Was? Bist du auf Chirp-Charp? Schätzt ihr, was meinst du damit, dass du Chirp-Charp nicht benutzt? Über 13 Millionen täglich aktive Nutzerinnen und Nutzer, 400.000 Stunden Content, 2 Milliarden bis 10 Minuten bis heute. Was meinst du damit, dass diese Zahlen für dich nichts bedeuten? Diese Zahlen bedeuten alles. Na gut, fangen wir mit kleinen Schritten an. Oh Gott, hab ich jetzt Social Media als Karriere? Wird mir das aufgezwungen? Wie wäre es mit einem schnellen Foto, einem kleinen Selfie? Nur etwas, um deine Reise zu dokumentieren. Probiere es jetzt aus. Mit einem Selfie? Wie kann ich denn... Mit einem Selfie? Kann ich auch ranzoomen? Fokus. Fokus X. Okay. Okay. Guck mal, das ist glaube ich... Nicht schlecht. Guck mal, ob ich die Screenshots... Ich bin ja, ich hab noch nie über Steam sowas gemacht. Okay. Wir kommen hier wieder raus. Okay. Hab ich gemacht. Achso. Aus geht der. Muss ich jetzt noch was mit dir machen, ja? Ich hab... Triff den Drucker. Ich hab ein Foto gemacht. Au. Oh, Entschuldigung. Du warst auf der... Ah, ne, trifft den V. Entschuldigung. Das ist ja was anderes. Hey, Tiga. Hallo. Kenne deine Gegenstände. Verachte, wie die verschiedenen Gegenstandstypen auf unterschiedliche Weise leuchten. Okay. Nahrungsmittel... Warte mal. Brauche ich Nahrungsmittel? Blinken so. Besondere Nahrungsmittel am Feuer. Werkzeuge blitzern langsam. Und Quästenstände wird's dann mehr. Könnt ihr euch essen? Tatsächlich. Okay. Oh, warte. Ich hab ja oben ne Karte. Ich vergaß. Huh? Mit dem Ausrufezeichen. Der Tukan ist irgendwo hier. Da. Ökka. Kack. Warte mal. Tukan ist ein Schaf. Ein Tukan nicht ein Papagei? Hilfe. Menschen dringen in unserem Wald ein. Du bist ein Vogel. Stimmt's? Eines von den geflügelten Wesen. Richtig ist dir klar, dass du eine besondere Kraft hast. Eine Kraft, die kein anderes Lebewesen besitzt. Kein anderes Lebewesen? Kannst du es erraten? Falsch. Du kannst auf ahnungslose Menschen kacken. Also das können wir auch, aber das sollte man vielleicht nicht tun. Also nicht nur vielleicht. Das sollte man nicht tun. Bitte benutze diese Kraft, um die Menschen dort vorne zu verjagen. Wo sind die Menschen? Oh, und wenn dir die Kacke ausgeht, vergiss nicht etwas Obst zu essen. Okay, also ich brauche Essen, um zu kacken. Das macht Sinn. Die Kacke auf die Menschen. Welche Menschen? Oh. Oh. Wo sind hier Menschen? Das sind Menschen. Das sind die Menschen kleiner als das Schafts-Igel-Ding hier. Ausgezeichnet. Das ist die Art von Chaos, die ich in der Welt sehen möchte. Okay, ich glaube, er ist sehr böse. Vergiss nicht aus großer Kacke meine große Verantwortung. Okay. Also ich berate dir noch ein weiteres Geheimnis. Manche Nahrungsmittel sind besonders. Sie geben dir zusätzliche Kraft, wenn du kackst. Aber du wirst sie erst später finden, wenn die Zeit reif ist. Oh, es tut mir leid. Ich musste es tun. Krieg ich noch mehr? Kack. Ich glaube, das war's, ne? Dann gehen wir mal zu dem, was ist denn das? Sieht aus wie eine Zappsäule. Warte mal. Kann ich mit dir auch sprechen? Du hältst dich wohl für schlauer als ich. Weiß ich noch nicht. Mehr hast du mir nicht zu sagen? Ich dachte nicht, dass das geht. Hallo? Es tut mir leid. Kann ich auf eine Ziege kacken? Es tut mir leid. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Aber komm schon, auf hier rumzuwappeln. Ich möchte dich... Wiss du, meine Kacke. Was soll ich denn mit dem? Jetzt habe ich brennende Kacke. Habe ich jetzt brennende Kacke? Hier, wir fliegen erst mal zu dem Spolder. Halt dieses Spolder. Was habe ich getan? Ich habe gekackt, ne? Was? Lande, um das Level zu beenden. Uiuiui. Gut freigeschaltet. Okay. Krähen verstehen die Schwerkraft. Du wirst ja das nüsse, aber fahrte Oberflächen fallen lassen. Ja, das weiß ich. Die sind total schlau. Stopp. Oh, oh. Sieh an, sieh an, sieh an. Wen sehen sich an? Muss ich drücken? Ja. Wenn das nicht die neue Krähe in der Stadt ist, richtig. Ja, ja, ja. Für wen hält sie sich? Oh, sieht aus, als hättest du dir eine Sonnenbrille zugelegt. Was? Krä, krä. Gib her. Was? Oh. Du bist nicht cool genug für eine Sonnenbrille. Ja, nicht cool genug. So uncool. Außerdem brauchen wir sie mehr als du. Wir haben große Pläne kapiert. Also verzieh dich nach Hause, Kleiner. Du bekommst sie nicht zurück. Das wollen wir immer sehen. Krä, krä. Krä, krä. Krä, krä. Aber das ist das Erbstück von Oma. Oma. Guck mal, wie traurig der jetzt guckt. Du musst das Ukraine verfügen an der komplexen Kommunikation und Sinn zum sozialen Lernen innerhalb ihrer Gemeinschaft. Oh, was? Oh, mein Gott. Was ist die Karte jetzt hier? Fischi. Hallo, Fischi. Okay. Das ist ja gut. Huch. Meine Güte, du bist aber ein abenteuerlustiger Vogel. Sieht aus, als hättest du ein paar neue Hüte freigeschaltet. Du kannst dein Aussehen jederzeit ändern, indem du mich hier besuchst. Was? Von dir hören. Komm gerne wieder vorbei. Okay, wir fliegen zu Oma. Passe deine Krähe ab. Gut. Oh, ich habe einen Rucksack für eine kleine Süße Krähe. Ne, mit dem Blumenkranz. Da haben wir noch nichts. Farbe des Schals. Oh. Ich mag ja lila, aber das ist so wie zu grell. Hm. Schwarz. Oder doch lila. was? Kuck. 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 Mir machen. Kuck. 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 Scheiße, es kuck. Ein Schluck Kaffee eine Sekunde, ich muss ja so viel krechzen, da muss man mal was trinken. Wir nehmen mal das nächste hier. Was ist denn das? Eine idyllische Stadt. Eine kleine süße Stadt, die nur darauf wartet, dass ein niedliches Vögelchen hier für Chaos sorgt. Ich starte gerne Chaos. Krähen haben das beste Gehirn zum Körpergewichtverhältnis aller Vögel. Das ist sogar Proportional besser als... Also, Leute, ne, ich... Meine Güte, deine Brille ist weg. Und andere Dinge scheinen auch nicht in Ordnung zu sein. Nun ja, sieht nach dem Beginn eines großen Abenteuers aus. Oma, ist gar nicht sauer? Lass mich dir erklären, wie das geht, Dreckere. Überall im Land gibt es Tiere, die deine Hilfe brauchen. Warum ich? Du kannst sie ganz einfach finden, wenn du auf deine Garte gehst. Rede mit ihnen, erfahre, was sie brauchen. Hilf ihnen und verdiene dir Krähenruf. Sobald du einen Krähenruf von 100 erreichst, kannst du zum nächsten Gebiet übergehen. In jedem Gebiet kannst du aber bis zu 150 Krähenruf erreichen. Du musst also nicht allen Tieren helfen, nur so viel wie nötig. Öffne das Pausenmenü, um dir deinen Fortschritt, deine Aufgaben und deinen aktuellen Krähenruf anzusehen. Hat Oma das auch gemacht, als ich auch jünger war? Das ist alles, viel Spaß. Ich muss jetzt mal die Maus zur Seite schieben, die Tastatur ein bisschen. Es ist jetzt sehr komisch für mich, mit der rechten Hand die Leertaste zu drücken und mit links WASD. Guck mal, hier ist ja schon der Erste. Krächen, Krächen, Schatz. Zieh dich um, ein ganzer Haufen Sachen ist verschwunden. Diese halbdückischen Krähen, klauen Sache. Ja, ich bin doch auch ein... Komme ich irgendwie an mein Mikro hier? Wenn ja, tut es mir leid, wenn ich hier rumwackele. Wo wir gerade von fehlenden Sachen sprechen. Wo sind deine Klunker? Was für Klunker? Was? Du hast keine Klunker? Nein, ich nicht. Was für eine Krähe bist du, Schätzchen, wenn du der Star von Chubchab sagst... Achso, der erzählt mir wieder von TikTok. Äh, Chubchab. Sein Bild brauchst du Klunker. Flieg herum, finde ein paar glänzende, goldene Schmuckstücke und bring sie her. Wenn du es mit den fiesen Krähen aufnehmen willst, musst du es deinem haben. Und hier noch ein Tipp. Pralle im Sturzflug in einen Menschen, damit er einen Gegenstand fallen lässt. Oder schnapp ihn dir aus seinen Händen. Mit jedem Sturzflug kannst du einen Gegenstand aufheben, solange er nicht so schwer ist. Stand und los, hol dir was. Okay, das sind jetzt so viele Knöpfe, die ich hier drücken muss. Sammle Münzen ein, sammle den Kelch ein, sammle die Schale ein, Schlüssel ein. Okay. Die werden mir irgendwo angezeigt, ne? Aber es wird ja irgendwo in der Nähe sein. Hallo, Oma. Lande um das zu Ende. Nee, aber da wird es dann halt rausgehen. Was ist hier alles los? Da hinten sind Menschen. Ich kann das nicht mit der rechten Hand, die Leertaste, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, ich kann doch... Ach, guck mal. Ich bin doch auch doof. Ich kann die Falltasten nehmen. Das ist vielleicht angenehm. Oh, ich habe eine Münze. Münze. Du hast hier auch was. Attacke. Oh, du hast ja ein Besen. Geht das auch? Zumindest kann er jetzt nichts mehr damit tun. Hier. Das ist auch nur ein Besen. Was ist mit dir? Oh, guck mal, da. Ah, da, 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 da. Nein, nicht die. Oh. Nimm. Uah. Uah. Hier, guck mal, Kelch. Hier war noch irgendwas. Was ist das? Was ist denn das? Warte mal, benutzen. Lass mich in Ruhe, Penner. Lass mich benutzen mit X oder Q. Oh, mein Gott. Du hast mich geärgert. Komm her. Burn. Burn. Warte, warte, nein. Das ist ein Kinderfond. Ich will. Auch wenn ich die Leute ankacken kann. Kinder kackt. Keine Leute an. Ich fackelt keine Leute an. Und überhaupt nichts. Das dürfen nur kleine Babycreen. Und spielen. Okay, lass ihn mal hier. Taka. Ich wollte den nicht. Ich möchte euer Geld. Ne? Okay. Oh, guck mal, da liegt was. Geh mal runter hier. Geh mal runter hier. Nee, kein Pflänzchen. Da. Woanders hier, ne? Plupp. Na. Ist doch... Ist das eine Schale gewesen? Es war eine Schale. Entschuldigung. Oh, was ist denn da? Eine Kettensäge. Nee. Okay, es ist ein Laubbläser. Ist so ähnlich. Die Musik ist voll schön. Okay. Unfrieden stiften, finde ich gut. Entschuldigung. Ich teste mich nur aus. Hallo. Oh, dreimal. Entschuldigung. Kugel. Okay. Da liegt was. Was ist das mal los? Hallo? Nimm das. Nimm das. Nimm. Nimm. Nimm das. Ja, was soll denn das? Ja, dann schmeiß es halt runter. Und jetzt drückst du auch mal wieder den richtigen Tast. So. Hör. Danke. Tschüss. Tschüss. Das ist schon wieder ein Geld. Okay, wir brauchen noch einen Schlüssel und irgendwie Münzen. Da liegt was. Nee, das ist nur zum Unfrieden stiften. Guck mal, ein Apfel. Damit ich kacken kann. Okay. Ich hab die Tasten immer noch nicht so drauf. Sorry. Oh. Nee, ich mach erst das eine zu Ende. Liegt doch nicht vor irgendwas, oder? Hier lag doch gerade noch was anderes. Okay. Los. Lande auf ihn. Der hat wächst. Schade. Was ist das? Nee, das ist eine Quest. Ich suche erst den... Was ist das? Ich habe Asenohren. Jetzt kann ich aufhören. Jetzt hab ich alles, was ich haben wollte. Nein, wir machen noch ein bisschen. Das ist ja Simulator-Sonntag. So. Was sind denn das für kleine Männchen? Oh Gott, sagen wir nicht, das sind Kinder. Ist das ein Kindergeburtstag? Da störe ich gerade ein Kindergeburtstag. Oh Mann. Oh mein Gott. Kacke, ich brenne. Brenne kacke. Auch kleine Kinder, aber im Kindergeburtstag. Oh mein Gott. Die Kinder, das macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Das ist ein Igel. Oh mein Gott, das will. Wir suchen noch einen Schlüssel. Hier ist eine Münze. Ist das eine Münze oder wieder eine Schale? Was ist das hier? Ein Tisch? Geil mir durch. Ich wollte dich nicht. Es tut mir leid. Jetzt habe ich wieder eine Schale. Kann ich mit Schale Sturzlug machen? Ja, kann ich. Und dann zeigt er mir nämlich auch an, wo ich landen würde. Wer bist du denn? Nee, zu dir wollte ich gar nicht. Warte mal. Manche Gegenstände können was? Können benutzt werden, wenn sie aufgehoben werden. Ach du, da bin ich ja schon. Das habe ich doch schon erkundet hier. Ich habe noch eine Schale gefunden. Ich finde den Schlüssel aber nicht. Oh, guck mal. Kann ich mich zwei wünschen? Ach, schade. Okay, da. Direkt da. Hoffentlich sammelt er das nicht wieder ein. Oh, sind wir in China? Ist das chinesisch oder ist das japanisch? Ich werde das gleich irum geben. Danke viel Geld. Das sieht schon wieder sehr japanisch aus. Nee, warte mal. Das ist aber wieder nicht. Es könnte auch koreanisch sein. Nee, da sind mehr Kreise eigentlich. Und auf Eis. Ich durfte ja vorher nicht gucken, wer der Spielehersteller ist und so. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel. Das Glitzer bestimmt, ja, weil es eine Eiferwand ist. Schlüssel. Nee, Peri, jetzt nicht. Ich muss so ein Spiel spielen. Was liegt da? Du hast so einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel gefunden und ich habe eine weine Platze vor der Tür. Ach, Mensch, Rocky. Warte eine Sekunde, dann lächst du auch die Tür auf. Sagst du mir jetzt nicht so was? Nein, das war's. So, Sekunde, ich muss auch mal die Tür aufmachen gehen. Nee, war falscher Alarm. Ich will noch auf so einem Sessel liegen und will nicht rein. So. Dann... Hey, wer bist du denn? Hey, Grächen, wie geht's denn? Nämlich Lemmy. Lemmy der Lemur. Wie du siehst, wie ein schlauer Vogel aus, oder? Ich wette, du bist klug genug, um Werkzeuge zu benutzen. Ja, habe ich schon gemacht. Manche Gegenstände, die du aufheben kannst, haben einen besonderen Nutzen. Wie wäre es, wenn wir deine Benutzerfähigkeit üben? Das habe ich schon geübt. Ich und die Jungs haben gerade darüber geredet. Welche Jungs? Du hast ja keine Jungs. Dass sich diese Menschen in unserem Revier echt wild aufführen. Ja, das stimmt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wir sollten sie daran erinnern, wer hier das Sagen hat. Schnapp dir eine von den Spraydosen und tagge ein paar rote Briefkästen. Solche Dinge hier. Alles dreht sich ums persönliche Branding. Kapiert? Achso, ein falscher Knopf. Hä? Okay. Wie viele denn? Noch vier. Brief gestern. Wo seid ihr denn? Oh, die Party hat sich wiederholt. Und da unten liegt Tünchen. Da ist ein Briefkasten. Die Musik ist echt schön. Noch zwei. Was ist das? Was ist das? Noch eine. Nähe. Da ist ein. Es sitzt also. Ich dachte, meine Spraydose wäre leer. Sprich mit dem Lüge. Krächen, 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 mein Vogel. Das ist uns echt geholfen. Jetzt werden diese lästigen Menschen nicht vergessen, wem das hier gehört. Ja klar, die wissen jetzt. Also sind das eigentlich die Lemuren und keine Graffiti-Sprayer-Menschen. Gute Arbeit, ey. Warum ist hier dieser Schlüssel? Heißt das irgendwie tutorialmäßig? Aber es sind mehrere Schlüssen. Das war ich aber nicht. Guck mal, ich hätte auch da. Guck mal, ich habe hier. Wow. Oh, habe ich jetzt. Wind, Wind, Wups. Ich habe irgendwie Wups. Ach, du Heidi. Kacke. Triff die Eichhörnchen, Mama. Und den Pony, Falkman. Und den Muttipern. Hilfe. Diese Menschen haben mein Zuhause übernommen. Mein wunderschönen Park. Oh, das ist der Kinder geworden. Scheint, als führten sie irgendein deuflisches Ritual durch. Bitte, bitte, tu alles, was in deiner Macht steht, um es zu ruinieren. Okay. Kack auf, Menschen habe ich schon gemacht. Ey, geil. Der nimmt das, was ich schon gemacht habe, ohne zu wissen, was ich machen musste. Und lasse alle Luftballons platzen. Okay. Okay. Und fliege. Yeah. Was habe ich denn da im Schnabel? Aber gut, okay, wir müssen es ziehen. Oh, du wunderbarer Unholt. Ich bin ein wunderbarer Unholt. Du hast es geschafft. Vielen Dank. Ein weiterer kleiner Schritt hin zur Vorherrschaft der Teele. Oh, ist super leid. Ich wollte nicht, dass jetzt hier alles abfacken wird. Ich möchte das hier haben. Habe ich das jetzt gegessen? Anscheinend. Oh, was ist jetzt? Habe ich unendlich Kacken? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage. Okay. Wo ist hier? Da. Ah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Klingel. Wie erinnert er mich an? Oh hä? Übst du deine Sturzflüge, um dich schneller zu bewegen? Wie ich? Nee, ich klinge wie ein Italiener. Ich kann das nicht. Wie ich es dir gezeigt habe? Ja. Habe ich? Oh Gott, nein. Auf was auf Zeit. Ich weiß, dass es sich schwierig anfühlt. Aber denk daran, wie gut es sich anfühlen wird, wenn du den Dreh erst einmal raus hast. Ja, seitdem ich die Falltasten für mich entdeckt habe, geht es wesentlich besser. Wie auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir Rennen zeige. Siehst du den Ring neben mir? Er wird den Rennmodus aktivieren. Lande einfach auf ihm und krähe, um ihn zu fliegen. Fliege danach so schnell wie möglich durch alle Kontrollpunkte, die erscheinen. Finde alle Rennen in der Welt und beende sie für jede Menge Spaß. Jedes beendete Rennen erhöht deine Krähe. Also, das ist ja gut, das will Oma ja. Falls du Schwierigkeiten hast oder eine Herausforderung suchst, kannst du den Schwierigkeitsgrad des Rennens anpassen. Passiere einfach das Spiel und gehe in den Optionen. Gehe. Und gehe zu den Optionen, wann immer du willst. Muss ich da durchlaufen oder geht auch fliegen? Es geht auch fliegen. Okay. Bäh. Muss ich keine Karte? Ach, guck mal. Ja, wenn man genau mal aufpasst, sieht man, dass die verbunden sind. Okay. Okay. Dann haben wir da oben noch ein Ausrufezeichen. Gucken, wie viel wir noch schaffen, bevor die Folge zu Ende geht. Pieps. Pieps. Da unten ist der dicke Kater und er wird uns fressen. Pieps. Hilfe, Kirchchen, Hilfe. Pieps. Ich wette, den dicken Kater würde auch Fisch gut schmecken. Pieps. Lass ein paar Fische in seiner Nähe fallen. Pieps. Denen wird er bestimmt folgen. Pieps. 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 Ich würde sich sicher verziehen. Ich würde sich sicher verziehen. Rette uns Pieps. 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 Ich glaube, den Kater mit Fisch zum Ruh. Pieps. 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 Hier ist doch keine Regenrinne oder sowas. Hier, guck mal, Katze. Aha. Oh. Da ist ein Ruhr. Ach was. Okay. Okay, 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 okay. Ist das so viel zuhause? Verarscht. Verarscht. Geh weg. Wir haben ja hier zwei Katzen gehabt. Wir haben angeblich eine Kree getötet. Scheiße. Hat der Nachbar erzählt. Geh runter. Ich denke mir aber, dass die Kree bestimmt dann schon irgendwie... Miau. Ja, weil... Na, kannst du es bitte? Bitte hier. Ja, klar. Das ist so viel zuhause. Ja. 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 Die Eichhörnchen, Mama, wo finden wir dich denn? Wo finden wir die Pirin? Das sind noch zwei Dinger. Na ja, schon wieder der Igel. Guten Tag, Vogel. Ich bin Rupert, Rupert, der Igel. Vielleicht hast du ja mein Zürichsbruder gesehen. Mein Bruder und ich sind in vielerlei Hinsicht sehr verschieden. Was wir gemeinsam haben, ist eine gewisse Lust auf echtes Chaos. Die Igel sind ja echt böse, ne? Es würde mich sehr freuen, wenn du ein paar Menschen mit Aktenkoffern wegpusten könntest. Oh, das habe ich schon getan. Wie kannst du sie wegpusten? Ich überlasse es dir, das herauszufinden. Oh, und wenn du schon herumfliegst, kack doch unterwegs auf ein paar Autos. Menschen lieben es, wenn du ihre Autos dekorierst. Ach so. Äh. Ist denn der Puster hin? Den habe ich natürlich verschleppt, ne? Das war vielleicht nicht so schlau. Kack auf Autos. Okay, wo sind denn die Autos und wieso ein Puster, den ich irgendwo hingeschleppt habe? Mist. Da ist ein Auto. Wie brennt das? Da ist der Puster. Nimm. Alter, aber was ist denn das Auto? Da geht ihr so rein. Wie viele Autos brennen? Drei. Das machen wir jetzt noch. Jetzt zählt das als Auto. Na. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob das gezählt hat. Ich kann noch zweimal kacken und brauche noch zwei Autos. Aber da ist jemand mit dem Aktenkoffer. Wie viel Geld denn da lassen? Aber das nützt mir nicht. Zählt ein Bus als Auto? Ach, Scheiße. Ein Mensch mit Aktenkoffer. Moment, wir haben noch die Eichern hier, Mama. Ich gucke das hier. Hey, hey. Du hast dieses Gebiet gemeistert. Du kannst gleich neben mir zum Ausgang und zum nächsten Level weitergehen. Bote, du bleibst hier und schließt Herausforderungen für zusätzliche Belohnungen ab. Du hast die Wahl. Kree, kree. Danke, Oma. Wir gehen aber noch zu Peri. Ich denke, das muss sein. Oh Gott, die Peri ist sauer. Peri, was ist da los? Meine Babys, meine Babys. Du hast schon wieder was verloren. Sie sind weg, verschwunden, entfernt, nicht existent. Naja, wahrscheinlich sind sie einfach weggelaufen, wie die Kleinsträuche. Sie können nicht mal sein. Sie müssen sich doch in der Nähe aufhalten. Bringst du sie zurück, alle vier? Ja, ich bin eine Mutter. Ich brauche meine Babys. Bitte? Ja. Hier, pass mal auf den. Ja, Entschuldigung. Okay, du willst vier Babys, willst du? Ich habe doch vorhin noch eins runtergepustet, ne? Das war doch irgendwo hier. Es war hier. Das weiß ich nicht. Ich habe es hier runtergepustet. Damit das Level nicht geprüft wird. Oh, warte, ich höre dich. Da bist du. Das ist ja fein, was für ein Geräusch, wenn du gibst. Oh, da ist auch noch einer. Okay, okay, okay. Das melden wir uns da oben. Links. Hier, Biri. Nummer eins. Das kommt doch nicht so. Ist doch alles gut. Wir machen das schon. Das klingt da. Wo war das? Hier, oder? Der ist umgefiebt. Da haben wir dann schon mal zwei von vier. Ist das der, der in meinem Schnabel fiebt? Oder gibt es noch irgendwo einen? Was ist das? Ähm, ich höre sie, Bernd. Bernd? Oh, 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 okay, okay. Kann ich Bernd angreifen? Oh, 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 okay. Kann ich Bernd anpacken? Was zur Hölle ist denn mit Bernd los? Ich habe den Schlüssel. Nee, ich will gar nicht. Hat Bernd den Schlüssel verloren? Hallo? Okay, nee, wir suchen ein Junchenbabys. Hier wird schon wieder leicht ablenkbar. Wir suchen euch Hörnchenbabys. Hier piepst noch was. Wo? Da. Nimm, ne, hallo. Sag mal, habe ich schon wieder einen falschen Knopf gedrückt? Ja. Jetzt sehe ich über den Schlüssel, den ich vorhin über gesucht habe. So, hier bin ich. Alles gut. Noch einer. Nur noch einer. Na, wo fiepst du es denn hier mal? Wo ist das denn? Na, hier ist bitte hoch. Danke, Daniel. Auf, auf und zurück. Ach, da sind auch noch mehrere Rennendinger, ne? Ey, die machen wir jetzt nicht. Bringen der Peri jetzt noch ihr Baby? Ja. Die Baby sind alle zu Hause. Danke, Vogelkriege. Die Eichhörnchen sind dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Hast du das gehört? Okay, tschüss. Da, da, da. So. Jetzt gehen wir zur Oma. Ach, Post Office heißt das da unten und nicht Pot of Ice. Tschüss. Das Ende. Das Ende. Das Ende ist statt. Oh, da gab es noch einen. Nein, nur. Okay. Besser als Menschen gehören zu Körpergleichgewicht. Oder was stand da? Oh, war die Oma hier. Ich möchte meinen Hut ausprobieren. Warum ist die Oma hier nicht da? Gut. Wo ist mein Hut? Wo ist mein Hut? Wo ist mein... Ach, da ist mein Hut. Das ist mein Hut. Das ist sehr schön. So, und als nächstes wäre hier diese Stadt... Hallo, ich wollte jetzt die Folge beenden. Warte auf mich, du Kopf. Du bist als die neue Krähe, von der alle reden. Ich dachte, du wärst größer. Wie auch immer. Du denkst bestimmt, du bist die Hauptfigur des Abenteuers. Was? Nun ja, darf ich mich vorstellen? Ich bin Esther, die Elster. Der glückste Vogel von allen. Jeder weiß, dass Elstern schlauer sind als Krähen. Das weiß ich nicht. Die wollen aber immer Glitzerzeug haben, oder waren die das nicht? Und nun dann nennen wir das hier, die Elstern sind bloß und nicht die Krähen sind bloß. Und du, du bist für mich nur ein Ampelsinger. Also pass auf dich auf, Kräher. Ich werde dich in allem, allem siegen. Check, 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 check. Ja, richtig, echte Vögel checkern. Nur Verlierer krechzen. Ach so, okay. Okay. Äh, ja. Wie wird denn hier gespeichert? Ich hoffe automatisch. Äh, C und Z, das sind komische Sachen. Hier ist nichts mit Speichern, nee. Gut, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich, äh, finde es echt süß und irgendwie verstörend zugleich. Es ist süß und du kannst Leute ankacken, ich verstehe es nicht. Vielen Dank, liebe Piri. Das werden wir bestimmt weiterspielen. Und dann sage ich danke, Däumchen nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.